Short Book Review Gerd Gigeranza Risiko Wie man richtige Entscheidungen trifft Also ich will jetzt ganz versuchen so schnell wie möglich ein kleines Review zu machen über dieses Buch hier und im Generellen geht es in diesem Buch darum Schweigabrinderband, Fukushima, Finanskis Blablabla Redaktion verlegt Öffentlichkeit darauf aus, synonyme für irrational Umgang mit Risiken. Überzeugt zeigt der Autor auf, die Psychologie, die Risiko funktioniert dabei analysiert er eine gute Rolle eher für Statistiken und Wahrscheinlichkeiten. Okay, diesen zwei Sets ist schon mal recht gut beschrieben das ganze Buch. Es geht hauptsächlich um Analysen und um wie man Statistiken richtig umgeht, wie man richtig Statistiken auswertet, wie man richtig einschätzen kann, wie hoch das Risiko ist und wie Statistiken manipuliert werden, um einen glabber zu überzeugen halt, zum Beispiel, dass bestimmte Krankheiten für einen wegen Risiko voll sind oder für einen eher zutreffen, damit zum Beispiel Leute oder Ärzte eigentlich einen davon abraten, bestimmte Behandlungen zu nehmen und zu machen. Ein weiterer Punkt ist in diesem Buch, dass zum Beispiel, es wird beschrieben, wie die Entscheidungen richtig gemacht werden, oder wie man in richtig Entscheidungen fällt. Zum einen ist das gut beschrieben darin, dass zum Beispiel Leute, die wo eigentlich bestimmte Anforderungen sitzen, wie bei dem Teil mit Liebe und der Romanzik, dass man bestimmte Anforderungen sich setzen muss und nach diesen Anforderungen handeln muss und seine Entscheidungen sucht, nach diesen Anforderungen halt. Und dann hat man eben deine schnellstmögliche Entscheidung getroffen für eine bestimmte Sache, um damit eine Entscheidung zu treffen. Ein weiterer Inhalt dieses Buches sind zum Beispiel die Risikobereitschaften. Die Risikobereitschaften, die man Menschen eigentlich haben, wirklich. Manche Statistiken sind zum Beispiel irreführend, manche sind halt wirklich Wege irreführend und zeigen halt die große Risikokompetenz, also die große Wahrscheinlichkeit eines Risikos dar. Darauf wird das Buch hinaus, dass man einfach konzentrierte sich auf bestimmte Entscheidungen konzentriert, auf bestimmte Statistiken und Auswertungen, auf gesprochene Inhalte sich besser einlässt und ein wenig besser analysiert und das Ganze. Im Grunde ist dieses Buch generell über Risikokompetenz und ja, Risikokompetenz zu lernen und eigentlich, besser mit Risiken umzugehen. Das ist das Grundprinzip dieses Buches und im Grunde, es ist empfehlenswert, mein Rating dafür 6 von 10 Risiken.